Hallo, ich möchte dir in diesem Video zeigen, was eigentlich so die sieben wichtigsten Berichte in Google Analytics 4 sind und möchte dir aber auch vielleicht ein paar Tipps geben, die du nicht klassischerweise jetzt in der Google Hilfe finden würdest, sondern so ein paar kleine Tipps und Tricks und Kniffe, um deine Berichte für die mindestens wichtigsten sieben Berichte auch ein bisschen besser zu machen. Also, ich starte mal hier mit einem Bericht, der kommt aus dem Google Merchandise Store. Wir sind im Berichtsreiter Neu generierte Zugriffe, Sitzung Medium und ich habe hier einen Vergleich 90 Tage, also die letzten 90 Tage mit dem Vorvergleichszeitraum und du siehst, ich habe hier mal Sitzung Medium ausgewählt und Gerätekategorie und habe hier im Dropdown die als Conversion einen Einkauf gemacht. Und jetzt sieht man ganz gut, dass wir 16% mehr Sitzung hatten, 22% mehr Nutzer und dass hier die Konversionen nur leicht gestiegen sind, aber die Gesamteinnahmen stärker. Also, das heißt, hier wurden über den Desktop-Bereich, über die organische Suche, zwar nicht viel mehr Konversionen gemacht, aber die Konversionen, die hier Google in seinem Merchandise Store gemacht hat, die waren wertvoller. Ah, Achtung, Halt! Wir machen das jetzt mal hier Schritt für Schritt, ja, weil ich bin jetzt hier direkt eingestiegen in einen sehr komplexen Bericht, aber genau das möchte ich dir jetzt in diesem Video zeigen, wie du vielleicht Schritt für Schritt so einen Bericht auch selber bei dir in deiner neuen Google Analytics 4 Property einbekommen kannst. So, das heißt, was schauen wir uns eigentlich genau in diesem Video an? Wir gucken uns mal die sieben wichtigsten Berichte in Google Analytics 4 an. Das heißt, ich mache erstmal so einen kleinen Überblick, was sind eigentlich die wichtigen Berichtsreiter? Und dann machen wir einen ersten Exkurs mal in den Echtzeitbericht und möchte dir ein bisschen zeigen, warum der Echtzeitbericht wichtig ist und welche Möglichkeiten du hier hast. Und dann, und ich glaube, das ist immer der wichtigste Bericht, schauen wir uns mal den Berichtsreiter Akquisition an, nämlich um zu analysieren, wie kommen eigentlich die Nutzer zu dir auf die Seite. Engagement ist der nächste Berichtsreiter, den wir uns ansehen. Da geht es darum, wie sich Nutzer bei dir auf der Seite verhalten. Und dann gucken wir uns den nächsten Berichtsreiter an, nämlich Conversions, sprich, welchen Wertbeitrag haben eigentlich deine Nutzer zu deiner Zielerreichung? Und einen ganz kurzen Ausflug noch in den großen Berichtsreiter Nutzer, so zwischen demografischen Daten und Technologie. Auch da schauen wir uns an, wie wir vielleicht mal Desktop, Mobile und Tablet analysieren können. So, jetzt steigen wir mal direkt rein in den Echtzeitbericht. Ja, ich bin jetzt bei der 121 Watt und du siehst, wir sind hier im Bereich Berichte und hier Echtzeit. Und jetzt sieht man auch schon ganz schön die Struktur, so wie sie sich in Google Analytics 4 darstellt. Das ist hier die Startseite, also der heißt dann Berichts-Snapshot. Hier sind wir gerade in dem Echtzeitbericht und dann siehst du, gibt es eigentlich drei große Oberberichte, nämlich Lebenszyklus, Nutzer und dann speziell hier nochmal für alle, die sich für die Suchmaschinenoptimierung interessieren, die Search-Konsole. Die funktioniert aber nur mit der Verknüpfung. Und jetzt starten wir mal hier oben und jetzt siehst du, jetzt hast du hier diesen Lebenszyklusbericht. Und da ist eigentlich immer so ein bisschen die Logik, die kannte man auch schon aus Universal Analytics. Akquisition, woher kommen die Nutzer? Engagement, was machen die bei dir auf der Seite? Und Monetarisierung, wie gut ist der Wertbeitrag? So, aber zurück zum Echtzeitbericht. Und zwar, wir sehen jetzt immer auf Basis der letzten 30 Minuten, wie viele Nutzer bei uns auf der Seite sind und was die gerade machen. Ja, und du siehst hier die Unterteilung in einerseits die Nutzer und dann sehen wir auch, wie die auf die Seite kamen und können hier auch gegebenenfalls wechseln. Zum Beispiel, dass uns jetzt nicht mal die Quelle interessiert, sondern das Medium, mit dem die auf die Seite gekommen sind. Also zum Beispiel sowas wie Organic kamen die über die natürliche Suche oder über unseren Newsletter. Dann hier die Aufteilung nach Zielgruppen und besonders spannend natürlich auch, was gucken die sich gerade an? Ja, zum Beispiel sind vier in den letzten 30 Minuten bei uns auf der Startseite gewesen oder hier zwei Nutzer waren auf einem Seminar. Das heißt bei uns Conversion-Optimierung. Und dann sehen wir, und das ist ja ganz besonders an Google Analytics 4, auch welche Ereignisse, also welche Interaktionen die Nutzer gerade bei uns auf der Seite machen. Zum Beispiel hatten wir hier 38 sogenannte Pageview-Ereignisse, das heißt also 38 Seitenaufrufe. Das Spannende jetzt an der Echtzeit ist, das Erste ist, du kannst hier mal direkt draufklicken und du siehst hier die verschiedenen Parameter. Das heißt also, wir sehen jetzt nicht nur, dass wir sogar inzwischen 39 Seitenaufrufe hatten, sondern auch verschiedene Parameter, wie zum Beispiel die Page Location. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke und dann sehe ich auch wieder, welche Seiten die im Einzelnen besucht haben. Oder hier Page Referrer, das bedeutet, von welcher Seite kamen die eigentlich. Ja, und das kann natürlich von extern sein, zum Beispiel, das sind Nutzer, die kamen über Google. Oder auch Nutzer, die auf irgendeine andere Seite gekommen sind, aber auf der Startseite zuerst waren. Jetzt vielleicht so ein kleiner Tipp, was immer ganz interessant ist. Du kannst hier mal auf die Nutzerübersicht gehen und dir mal einen beliebigen Nutzer mal hier raussuchen. Ja, du kannst also hier durchscrollen und dann kann man ein bisschen mal analysieren, was diese Nutzer vielleicht auf der Seite machen. Ja, und jetzt siehst du hier wieder dieses eigenes Page View und auch hier sehen wir beispielsweise, hier um 14.59 Uhr hat scheinbar diese Sitzung begonnen. Und hier um 15.02 Uhr hat der hier einen zweiten Content-Typ besucht, der heißt hier Other. Und das heißt also, wir können hier sehr im Detail mal analysieren, was sich die Nutzer, was die gerade machen und woher die beispielsweise auch kamen. Ja, und das geht hier über die Echtzeit, über diese Nutzerübersicht. Ich werde jetzt mal schließen. Und die große Idee, aber immer hinter Echtzeiten, deswegen ist es so ein wichtiger Bericht, ist, du brauchst diesen Bericht zum Testen. Das heißt also, wenn du irgendwas im Setup machst und vielleicht ein Ereignis implementiert hast, dann kannst du das immer hier drin sehen. Das heißt, der erste wichtige Bericht, Echtzeitbericht. Wir schauen uns mal gleich den nächsten Bericht an. Und zwar gehen wir dazu in den Google Merchandise Store. Wir werden dir auch später unten in der Beschreibung nochmal den Zugang zu dem Google Demo-Konto verlinken. Der ist super spannend, weil du kannst hier echte Nutzer betrachten. Und zwar einerseits im Merchandise Store, was aber noch vielleicht viel interessanter ist, schon mal als kleiner Hinweis, auch über die App. Das heißt also, wir haben hier eine vollwertige App-Integration und können hier Analysen machen. Ich gehe jetzt mal hier in den Berichtsreiter Nutzer. Der entspricht eigentlich aus Universal Analytics dem Berichtsreiter Zielgruppen. Und hier siehst du demografische Merkmale und Technologie. Und wir gehen jetzt mal rein hier in die Technologieübersicht. Und du siehst, und das ist auch immer die Logik, wie alle Berichte aufgebaut sind in GA4. Du hast immer einen Übersichtsbericht und hier die Detailberichte. Und jetzt können wir uns ja beispielsweise mal ansehen, über welche Gerätekategorien die Nutzer auf die Seite kommen. Und du siehst inzwischen hier Desktop, Mobile, Tablet und sogar sieben Nutzer über Smart TV. Und jetzt könnte man natürlich hier weitere Analysen machen, indem ich zum Beispiel mal hier anfange, vielleicht die letzten 90 Tage auszuwählen. Und jetzt könnte ich ja im nächsten Schritt noch zusätzlich hier einen Zeitraumsvergleich machen. Ja, also ich habe jetzt hier die letzten 90 Tage und vergleiche die mit dem vorherigen Zeitraum. Wichtig. Und so ist das hier auch in GA4 definiert. Natürlich, dass wir auch den gleichen Wochentag nehmen. Schon allein dadurch kann es ja in der Analyse zu Veränderungen kommen. So, jetzt gehen wir hier auf Übernehmen. Und auch hier können wir wieder alle wichtigen Werte für unsere Analyse in Betracht ziehen. Nämlich, wie wir es hier sehen, wir hatten also insgesamt 22% mehr Nutzer, aber überproportional starkes Wachstum in den letzten 90 Tagen aus dem mobilen Bereich. Und jetzt könnte man natürlich mal ansehen, ob sich das auch in den Umsätzen festmacht. Und du siehst zum Beispiel, wir haben hier 22% mehr Nutzer, aber 36% mehr Gesamteinnahmen. Das heißt also, wir haben diese Steigerung, aber die, die hier eingekauft haben, die haben scheinbar auch noch mehr eingekauft, als es im vorherigen Zeitraum war. Das wäre mal so der zweite wichtige Bericht, nämlich der Berichtsreiter Nutzer und hier ganz speziell Technologiedetails. Und was du in diesem Berichtsreiter lernst, ist insbesondere, welche Zielgruppen hast du, über welche Technologien kommen die zu dir auf die Seite. Wie gut sind die Conversions in Abhängigkeit zum Beispiel von Mobile, Desktop und Tablet. Aber es könnte natürlich auch interessant sein, wie hoch sind die Konversionen in Abhängigkeit vom Browser. Vielleicht hast du hier technische Herausforderungen oder Nutzer verhalten sich je nach Browser unterschiedlich. Das heißt nochmal zusammengefasst, der Berichtsreiter Nutzer zeigt dir deine Zielgruppen. Also über welche Endgeräte kommen die? Wie unterscheiden sich vielleicht meine Nutzer soziodemografisch? Achtung, Voraussetzung dafür ist die Aktivierung der Google Signale. Oder aus welchen Ländern und Städten kommen Nutzer auf deine Seite? Wir gehen jetzt mal direkt in den nächsten Berichtsreiter, in den Berichtsreiter Akquisition und in dem findest du eigentlich, wie erfolgreich ist dein Marketing, vielleicht besser noch dein Digitalmarketing, mindestens mal in 99% aller Fälle. Und da geht es ja insbesondere um die Beantwortung solcher Fragen wie zum Beispiel, welche Kanäle bzw. welche Kampagnen sind für dich besonders wichtig? Oder wie haben sich verschiedene Digitalmarketing-Kanäle bei dir entwickelt? Wer geht ein bisschen nach oben und wer geht ein bisschen nach unten? Und welche Kanäle führen gegebenenfalls auch hier zu Zielerreichung? So und jetzt gehen wir mal direkt rein. Ich gehe jetzt wieder zu 121 Watt und wir gehen hier, siehst du, in den Berichtsreiter Akquisition. Und wir starten mal hier mit den neu generierten Zugriffen und ich wähle jetzt einfach mal hier die letzten sieben Tage aus. Wir können natürlich auch andere Möglichkeiten wählen, wie zum Beispiel die letzten 28 Tage, was gerade in Analysen, weil das immer ganze Wochen sind, ganz hilfreich sind. Oder auch natürlich die letzten 30, 90 Tage oder auch seit Quartalsanfang. Ja, und jetzt siehst du, jetzt sind wir hier in diesem Bericht. Neu generierte Zugriffe mit allen relevanten Metriken, wie zum Beispiel Nutzersitzungen oder Sitzungen mit Interaktionen oder zum Beispiel auch der Interaktionsrate. Nebenbei kleiner Hinweis, wenn dich die Interaktionsrate interessiert, dazu haben wir einen extra Video gedreht. Den verlinken wir dir auch ebenfalls hier in der Beschreibung. So, jetzt gehen wir zurück und du siehst jetzt gleich, welche Adaptionen du in den Berichten machen kannst. Ja, zum Beispiel gibt es hier die Möglichkeit im Dropdown eben nicht nur die Standard-Channel-Gruppierung auszuwählen, sondern vielleicht andere interessante Informationen für dich, wie zum Beispiel das Medium. Ja, hier würde zum Beispiel drinstehen Organic oder CPC oder E-Mail oder die Quelle. Hier würde zum Beispiel Google oder Facebook drinstehen. Ja, oder die Kampagne. Und das hängt von deinen UTM-Parametern ab. So, ich wähle jetzt mal hier beispielsweise Medium. Ja, und jetzt können wir hier mal reingehen und jetzt siehst du erst mal hier, wie sich die verschiedenen Medien darstellen. Also zum Beispiel Organic oder CPC, E-Mail, Non-Not-Cent. Da scheinbar gibt es Probleme, denen wir mal nachgehen müssten. Was wir jetzt weitermachen können, wir können natürlich ja auch hier zum Beispiel einen Filter mal draufsetzen und sagen, wir gucken uns mal nur Nutzer an, die über die organische Suche kamen oder könnte hier nach zum Beispiel E-Mail filtern. Das ist jetzt unser Newsletter. Und jetzt könnte man natürlich hier mal überprüfen, wie hat sich zum Beispiel unser Newsletter entwickelt. Und jetzt wäre es natürlich hilfreich, dass du vielleicht in den Analysen verschiedene Zeiträume mal durchtestest. Wie hat sich der in den letzten sieben Tagen, in den letzten 28 Tagen, in den letzten 30 Tagen oder zum Beispiel in den letzten 90 Tagen entwickelt. Ja, und du siehst zum Beispiel hatten wir 2,43% mehr Nutzer. Jetzt wähle ich mal einen anderen Zeitraum aus, um das mal fast wie so einen Vormonatsvergleich zu machen. Ich habe hier zum Beispiel die letzten 28 Tage gewählt. Ja, und jetzt siehst du auch hier wieder, wie sich entsprechend die Zahlen entwickelt haben. Was jetzt ganz interessant ist, wenn ich hier oben drauf klicke, dann ändern sich auch immer hier die Zahlen dazu. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt hier mal Sitzung mit Interaktionen wähle, dann siehst du auch, dass hier in diesen Übersichtskacheln sich jeweils die Metriken verändern. Ja, das heißt also, du kannst alle deine wichtigen Werte hier mal ansehen und dann mal überprüfen, wie das eben für die einzelnen Kanäle aussehen könnte. Und das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Berichtsreiter, weil der zeigt dir eigentlich die Performance deiner Digital-Marketing-Kanäle an. Und Performance würde natürlich insbesondere hier heißen, wie sieht es mit der Zielerreichung aus. Ja, und natürlich jetzt bei uns, unser Newsletter ist eher informational geprägt. Das heißt, wir erwarten hier nicht bei dem, dass er uns klassischerweise Konversion macht. Trotzdem sind die hier runtergegangen. Und vielleicht muss man da auch nochmal rein analysieren. Und das würdest du natürlich für alle deine wichtigen Digital-Marketing-Kanäle machen. Und das ist mal der nächste wichtige Berichtsreiter mit seinen Unterberichten. Und wir wechseln jetzt mal hier auf Engagement. Und Engagement heißt also in der Logik immer, woher kommen die Nutzer und im nächsten Schritt, was machen die bei dir auf der Seite. Und jetzt haben wir hier wieder so einen Übersichtsreiter, die einzelnen Ereignisse, was ja so ein ganz prägendes Element ist für Google Analytics 4, die Konversionen, auf die wir später nochmal gleich zu sprechen kommen. Und ich gehe jetzt mal hier rein in Seiten und Bildschirme. Und wir lassen mal hier die letzten 30 Tage hier als Vergleich und können uns das mal entsprechend ansehen. Und auch hier sehen wir zum Beispiel die Startseite und die im Vergleich. Das heißt also, wir hatten hier 9,15 Prozent weniger Aufrufe. Jetzt wird das natürlich darüber spannend, dass ich immer hier vielleicht mir bestimmte Kategorien von Seiten ansehe. Zum Beispiel im Pfad Analyse minus Optimierung sind zum Beispiel alle unsere Analytics Artikel drin. Das heißt also, wenn ich hier mal diesen Filter ansetze, dann sehe ich auch, wie hier vielleicht die verschiedenen Artikel sich entwickelt haben. Ja, und gerade das Thema Migration scheint jetzt gerade wichtig zu sein. Das heißt also, wir haben hier viele Aufrufe und du siehst aber, wir haben hier gelegentlich mal ein paar Aufrufe verloren. Aber das hängt vielleicht natürlich auch mit Pfingsten zusammen. Das ist jetzt natürlich die Aufgabe der Analyse. Aber spannend ist folgendes erstmal. Schritt 1, was wir sehen, wir haben hier einerseits die Zeiträume ausgewählt. Wir haben einen Vergleich gemacht und wir haben auch hier nochmal eine Einschränkung vorgenommen. Und das ist so der nächste wichtige Bericht. Der heißt immer Seiten und Bildschirme, in dem du beispielsweise auch die Aufrufe messen kannst. Was es allerdings nicht gibt, im klassischen Sinn, du siehst es zwar bei uns, aber ich wette, wenn du jetzt bei dir in deine Google Analytics 4 Property reingehst, dann wirst du nicht die Landingpage sehen. Wie kommt das zustande? Du kannst hier oben rechts die Berichte anpassen. Das heißt also, wenn du einen guten Bericht hast, der dir wichtig ist, dann kannst du auch hier nochmal reingehen und unter Abmessungen hier auch neue Informationen in deinem Bericht reinziehen. Ja, so zum Beispiel, wie wir das gemacht haben, hier die Landingpage. Ja, und jetzt könnte ich die sogar hier nach oben schieben und jetzt hätte ich das auch gleich als erste Auswahlmöglichkeit. Und das ist der nächste wichtige Bericht, der heißt hier Seiten und Bildschirme und darin kann ich einfach überprüfen und analysieren, was machen eigentlich Nutzer bei mir auf der Seite. Woher kommen die Nutzer? Was machen die bei mir auf der Seite? Und wie ist der Wertbeitrag? Jetzt muss man hier das Thema Ziele bzw. Monetarisierung ein bisschen umfangreicher beantworten und ich werde jetzt hier mal wieder auf einen kurzen Zeitraum ohne Vergleich darstellen und wir können dann später vielleicht auch ein bisschen Zeiträume variieren. Aber grundsätzlich ist es natürlich enorm wichtig, dass du den Wertbeitrag deiner Nutzer überprüfen kannst, aber die Voraussetzung, damit hier Daten drinstehen, ist entweder hast du eine E-Commerce-Integration, dann hättest du hier Daten drin oder du definierst Ziele. Und Ziele in GA4 beruhen immer auf einem Ereignis, das du definiert hast. Wir haben dir hier unten nochmal einen Artikel hinterlegt, wie du Ereignisse und auf dieser Basis dann auch Konversionen in Google Analytics 4 definierst. Aber jetzt gucken wir mal rein und wir schauen uns mal die verschiedenen Ereignisse an und jetzt gehe ich mal hier auf so einen benutzerdefinierten Zeitraum. Wir wählen beispielsweise hier mal den Januar 2022 aus. Und du siehst, du hast hier immer direkt einen Vorvergleichszeitraum, also hier den 4. Dezember 2021 bis 3. Januar. Und jetzt siehst du für die verschiedenen Ereignisse, wie sich die prozentual entwickelt haben. Und der Trick immer, damit wir auch später analysieren können, wie ist der Wertbeitrag meiner Seite, heißt immer erstmal ein Ereignis definieren und die, die für dich wichtig sind, dann als Konversion markieren. Deswegen, wenn ich jetzt hier in den Berichtsreiter drunter gehe unter Conversions, siehst du alle Ereignisse, die wir definiert haben und die wir zusätzlich als Konversion markiert haben. Jetzt beispielsweise hier ein Ziel und ein wichtiges Ziel neben dem reinen Verkauf von Seminaren ist, dass wir zum Beispiel Newsletter-Abonnenten gewinnen. Und wir hatten beispielsweise im Januar 2022 211 Newsletter-Abonnenten gewonnen. Das war dann 44% mehr als im Dezember-Zeitraum. Der Nachteil allerdings ist in dieser Analyse, so spannend es ist, es erstmal im Überblick zu sehen, du wirst sehen, du kannst hier zwar irgendwie die letzten 90 Tage, die letzten 12 Monate ansehen, aber du kannst nicht feststellen, ob das über eine andere Akquisitionsquelle war oder welche Akquisitionsquelle besonders erfolgreich war. Deswegen müssen wir hier nochmal zurückgehen und wir gehen jetzt nämlich wieder zurück in die Berichte und ich gehe jetzt mal beispielsweise rein, hier erstmal in den Berichtsreiter Engagement und du siehst auch hier gibt es einen eigenen Berichtsreiter, der heißt Conversions, also wie gut ist der Wertbeitrag. Und das ist schon mal ein bisschen eine andere Struktur, als wie du die aus Universal Analytics kennst. Also auch wieder gleicher Zeitraum hier und jetzt sehen wir die einzelnen Zielerreichungen. Und eine Möglichkeit wäre jetzt, wir gehen hier rein und ich habe jetzt hier mal ausgewählt das Ziel, in Generate Newsletter und sehe hier für diesen Zeitraum diese 211-Konversion und wie die sich entsprechend auf die verschiedenen Channels aufteilen. Und wenn dir Medium lieber ist, dann nimmst du gerne hier das Medium und jetzt sehen wir, nach direkt ist der erfolgreichste Kanal für die Generierung von Newsletter-Abonnenten Organic. Jetzt könnte man aber auch noch einen anderen Weg finden, ja. Und auch hier gehen wir wieder mal zurück in den Bericht Akquisition, neu generierte Zugriffe. Ich wechsle jetzt hier auf das Medium und eine alternative Möglichkeit, um den Wertbeitrag deiner Nutzer zu analysieren, ist, du gehst in einen Bericht deiner Wahl rein und wählst hier rüber. Das Ziel, was du analysieren möchtest, aus, ja, also ich habe hier zum Beispiel Conversions, jetzt haben wir hier wieder Generate Newsletter, ich habe wieder die 211 und siehst auch hier, wie es zu Zielerreichung gekommen ist, ja. Und hier nebenbei siehst du auch beispielsweise unsere Gesamteinnahmen. Das Einzige, was fehlt, es gibt keine Konversionsrate. Vielleicht kommt die irgendwann noch, aber nochmal ein kleiner Trick. Du erinnerst dich an die Landingpage. Wir machen mal Folgendes. Ich gehe wieder hier auf Bericht anpassen, auf Messwerte und füge mal einen Messwert hinzu. Und zwar, ich habe zwar keine direkte Konversionsrate für ein eigenes Ziel, aber mindestens mal für alle, die E-Commerce integriert haben, gibt es hier eine Erstkäufer-Konversionsrate. So, ich habe die mal hier hinzugefügt und das sind, welche Käufer, die das erste Mal bei dir gekauft haben, haben über welchen Kanal, wie gut funktioniert. Das kann ich zwar nicht für alle Ziele festmachen, aber mindestens mal für mein Hauptziel hier, immer unter der Voraussetzung der E-Commerce-Integration. Dann aber natürlich eine super spannende Metrik, die wir ja auch so aus Universal Analytics kannten. Also, nochmal zusammengefasst. Conversions ist, was du analysieren möchtest, ist immer, welchen Wert haben meine Nutzer. Und Fragen, die du damit beantwortest, sind zum Beispiel, wie hoch sind die Umsätze auf meiner Seite. Das findest du in allen wichtigen Berichtsreitern, aber musst dafür E-Commerce integriert haben. Oder, welche Conversions machen meine Nutzer. Voraussetzung ist, du musst Ereignisse definiert haben und dann Ereignisse markiert haben als Konversion. Und dann kriegst du im Dropdown-Menü auch diese Konversionen in allen Berichtsreitern zur Verfügung gestellt. Oder, wie viele Zielerreichungen kommen über die einzelnen Kanäle, über die einzelnen Medien oder auch vielleicht über die einzelnen Kampagnen. Und jetzt sind wir schon bei Bericht 6 bzw. 7. Und ich verlasse jetzt hier diesen Bericht und wir wechseln hier in den Berichtsreiter Werbung. Und dieser Berichtsreiter Werbung ist komplett neu in Google Analytics 4, entspricht aber am ehesten den Multi-Channel-Trichterberichten, die wir aus Google Analytics in der alten Version kannten. Und wir gehen mal hier rein und du siehst eigentlich zwei wichtige Unterberichte neben dem Werbesnapshot, nämlich einerseits den Modellvergleich und die Konversionspfade. Und ich möchte dir insbesondere mal hier die Konversionspfade darstellen. Und ich wechsle mal hier auf Medium, so wie wir das jetzt eigentlich fast in allen Analysen gemacht haben. Ich bin jetzt hier wieder im Zeitraum 1. Januar bis 31. Januar 2022. Und grundsätzlich hier geht es um das Thema Attribution. Weil die meisten Nutzer kommen ja nicht zu dir auf die Seite und kaufen, sondern brauchen oft mehrere Sitzungen, mehrere Anläufe, mehrere Pfade, bis sie dann final bei dir eine Konversion machen. Und das schauen wir uns mal so ein bisschen an. Und du siehst hier mal jetzt erstmal die Konversionspfade. Und hier schon ein paar Informationen erstmal, woher kamen die Nutzer? Also was sind die Pfade? Und zum Beispiel Organic 5 mal heißt, das sind alles Nutzer, die über 5 organische Sitzungen zu dir auf die Seite kamen und dann konvertiert haben. Und die waren insgesamt verantwortlich für 156 Konversionen, haben für 10.347,36 Euro gekauft und haben 12 Tage bis zu ihrer Konversion gebraucht. Und hier durchschnittlich 5,09 sogenannte Touchpoints. Also Touchpoints heißt, erst mal, wenn hier eine neue Sitzung gemacht wurde beziehungsweise eben eine neue Marketingquelle Medienkombination aufgerufen wurde. Jetzt ist immer so, damit dieser Bericht, der echt sehr, sehr wichtig ist, weil damit verstehst du, wie Nutzer eigentlich Schritt für Schritt bei dir zu einer Konversion kommen, muss man den ein bisschen erklären. Das Erste ist, ich würde dir immer empfehlen, konzentriere dich vielleicht auf die Konversionsereignisse, die wirklich wichtig sind. Ja, zum Beispiel bei uns, wir haben jetzt hier 12 verschiedene Konversionsereignisse. Die machen natürlich nicht alle Sinn, sondern was natürlich meistens interessant ist, ist, du verkaufst was und dann hast du hier das Ereignis, das kommt aus dem E-Commerce-Reihe raus, das heißt Purchase. Und wir konzentrieren uns auf das Ereignis, was maßgeblich ist. So, jetzt gehe ich mal hier auf Übernehmen und jetzt werden sich auch entsprechend natürlich die Werte hier verändern, insbesondere die Anzahl der Konversionen. Jetzt im Standard, was GA4 immer macht, ist, wenn heute ein Nutzer konvertiert hat, dann schauen die bis zu 90 Tage zurück, welche Touchpoints der Nutzer noch hatte. Das kannst du hier anpassen unter den Attributionseinstellungen. Ja, da kannst du also auch 60 oder 30 Tage nehmen, aber du kannst nicht mehr Tage nehmen. Aber empfohlen ist hier diese Einstellung 90 Tage. So, jetzt gehen wir hier zurück. Und jetzt ist, und das ist immer so diese Idee dieser Analysen, neben den Tagen bis zur Konversion und den Touchpoints bis zur Konversion, sich die zu betrachten, auch mal verschiedene Modelle auf die Daten zu setzen. Nämlich zu sagen, was würde passieren, wenn ich den gesamten Wertbeitrag auf den letzten Touchpoint hätte. Also der letzte Touchpoint, bevor der Nutzer abschließt. Oder eben, wie wir es gerade gesehen haben, auf den ersten Touchpoint. Ja, du siehst auch, wie sich hier oben immer die Grafik verändert. Oder linear, das heißt, jeder Touchpoint würde die gleiche Wertzuordnung bekommen. Ja, also hätten wir fünf Touchpoints, würde GA4 zum Beispiel 100 Euro Umsatz in der Konversion auf diese fünf Kanäle, also jeweils 20 Euro, zuordnen. Ja, und so hat man in diesem Bericht die Möglichkeit, seine Marketingkanäle auch im Zusammenwirken zu betrachten. Also zusammengefasst erstmal, damit du diese Berichte, die wir gerade zusammen durchgegangen sind, damit du die auch selber für dich verwenden kannst, hast du einige Voraussetzungen. Das eine ist, du musst Ziele definieren. Ja, wie, das haben wir dir hier in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Ziele basieren immer auf Ereignissen und das ist zumindest teilweise neu in Google Analytics 4 im Vergleich zu Universal Analytics. Die nächste Voraussetzung, nachdem du Ziele definiert hast, heißt immer UTM-Parameter verwenden. Damit du in GA4 eben nicht nur Analysen machen kannst über Organic, Google CPC oder Directman, sondern dass du möglicherweise auch deinen eigenen Newsletter oder deine Facebook- oder Instagram-Ads bewerten kannst. Es ist immer sinnvoll, bei solchen Analysen, das sind wir jetzt hier Schritt für Schritt durchgegangen, sogenannte ABC-Analysen zu machen. Ja, die Amerikaner nennen das Acquisition, woher kommen die Nutzer? Behaviour, was machen die bei dir auf der Seite? Conversion, wie gut ist der Wertbeitrag? Gegebenenfalls, um im Berichtsreiter Nutzer demografische Daten zu haben, musst du die Google-Signale aktivieren, bitte immer einmal mit deinem Datenschützer reden. Und, und das verlinken wir dir auch hier nochmal in der Description, verwende doch das Google-Demo-Konto, vielleicht hast du ja noch keine GA4-Property und dann kannst du dich aber jetzt schon mit den wichtigsten Zahlen, aber vor allem eben mit den wichtigsten Berichten vertraut machen. So, zusammengefasst, das war der Bericht, mit dem wir eingestiegen sind im Google Merchandise-Store. Schritt 1, du weißt, wie du Zugang kriegst hier zu diesem Google Merchandise-Store. Schritt 2, wir sind hier die verschiedenen Möglichkeiten durchgegangen, und wie du Zeitanalysen machen kannst. Wir haben hier im Dropdown-Menü kennengelernt, wie du vielleicht verschiedene Perspektiven auf deine Berichte hast und wie du über eine sekundäre Dimension, zum Beispiel weitere Informationen, hinzuziehen kannst. Wenn dir dieses Video Spaß gemacht hat, dann guck doch rein in unseren GA4-Kanal, was wir noch an Videos rund um das Thema Google Analytics 4 haben oder auch natürlich in unseren SEO-Kanal oder Social-Media-Kanal oder abonniere am besten gleich unseren 121. YouTube-Kanal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.